Scheiße, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem, Alex! Nein! Hey, bitte! Ich hab ein Problem, Alex! Hey und herzlich willkommen zu Minecraft Revenge 3. Es ist ein Minecraft Projekt, ähnlich wie Waro und wir starten heute später ins Projekt, das mein Kollege Steven nicht konnte und es geht direkt los. Ready? Ich bin ready. 3, 2, 1. Komm drauf. Und... Ich bin... Ich bin am Baum. Ich bin... Hey, du bist unter mir. Wo sind wir? Wir sind ganz am Rand. Na ja... Ich bin over dir, ich baue da die Bierkirche auf. Ich schreibe mal, ich schreibe mal, soll ich mal dem Admin schreiben? Weil wir ja hier irgendwie am Arsch der Welt sind. Achso, wir sollten schon drinnen und spawnen in der Mitte. Glaub schon. Achso, ja dann sollten wir ein Admin schreiben. Admin? Ja gut. Ich kann nicht mal was abbauen. Ich kann nicht mal was abbauen. Achso, ich kann was abbauen. Achso, ich kann was abbauen. Ich kann nichts verboten. Ich kann nicht mal was abbauen. Ich kann nicht mal was abbauen. Gucken was er schreibt. Wenn nicht mach mal einfach. Warte mal. Es gab auch mal ein... Oh, keine Ahnung ey. Entweder er schreibt oder wir spielen einfach weiter. Keine Ahnung. Dann machen wir einfach weiter die Folge. Ja, okay. Machen wir weiter. Nimm auch nicht mehr einen ganzen Baum hier nicht. Ja, ja. Nimm gleich einen ganzen Baum. Ist ja alleine auf dem Server. Ja. Ja. Wenn nicht ganz gut ist. Brauchen wir uns auch gar... Doch. Naja. Müssen wir mal schauen was mit machen. Workbench haben wir ja schon, gell? Ja. Na, was mach ich alle bin ich komplett davon. Ich hab da zwei Workbenches drauf. Echt? Ja, aber brauchen wir später irgendwann einmal. Mach uns mal zwei Holzschwerder und eine Pickaxe, gell? Ja, was? Ach, jetzt hab ich... Ohhhh. War sehr schlau. Ich hab ne Dings gemacht. Ne Axt. Die kann ich dir geben. Dann kannst du mal hier Holz aufbauen. Ja, okay. Wurden wir zwar gerade noch nicht bauen, aber egal. Geil. Der beste Start ever. Ja, ja. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar Appfische kriegen. Das ist halt so. Komm mal drauf. Ich glaub der Admin hat geschrieben LOL. LOL? Ah lol, nöНуl, nölar, nö ノatu, doll, 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 doll. Ey, lol. �, besser played. Ja ja. Aber Hauptsache das ist ja Workbench, in der Neue, den wir sind. Also im Gang zum Fight-Projekt fange ich gleich direkt an mit Äpfel fangen. Ja, direkt Äpfel. Mach uns auch noch zwei Steinsperter, gell? Ja. Hast du schon irgendwas Tiere in der Nähe gesehen für Nahrung? Ja, ich hab schon drei Weifleisch. Da oben sind noch Tiere. Alex, wo bist du? In der Äpfel neben. Hey, ich bin bei der Workbench. Aber weiß nicht, ob das ein Admin ist. Aufzuschreiben. Hey, da ist noch ein Workbench. Toll. Kannst du mir das Schwert anzugehen? Ja. Ja. Okay. Hat den Server verlassen. Wieso ist der wieder weg? Keine Ahnung. Hast du keine Lust auf uns? Kannst du eine Workbench abbauen in der Höhle. Ja, okay. Ich schau mal bei Opti-Gottel. Er kommt drauf und geht wieder runter. Ist auch schlau. Ja, Arme darfst du euch, genau. Schlau ist nicht mehr. Ja, hier geht es auch direkt runter in der Höhle. Okay, ja. Wollen wir erstmal Essen farmen und dann hier runter gehen? Ein bisschen Essen tut ja. Ich hab drei Rind, drei Schweine. Ich hab gar nichts außer ein Apfel. Alex, wo bist du? Ich bin wieder bei den Bäumen ganz am Anfang. Und ganz am Anfang oder was? Ja. Ich schau auf Apfel. Seht ich nicht. Ich bin gerade in dem Baum. Zuhilfe! Ich werde ausgeraubt! Ich rette dich! Baummann schaltet zur Tat! In dem Baum! Ja, da auch Baum. Okay. Ich mach mal einen Ofen, gell? Einen Kohle hab ich ja schon. Ich kann nur ein bisschen Nahrung haben. Wo bist du, Andy? Also. Die Workbank ist abgebaut? Ja. Wo ist die andere? Hier waren doch zwei. Da unten. Ja, stell die mal bitte hin, die Workbank. Ja? Ja, stell einfach hin. Irgendwie ist es die Giga-Anse genau. Also, so. Auch nicht wirklich. Ja, Katze. Katze jammert wieder rum. Ich wundere, dass sie hinweg. Ich seh auch keinen. Wir müssen dann trotzdem mal weiter. Mhm. Hier gibt's ja nichts zu essen. Mhm. Da war kein Zucker war oder irgendwas. Ja, hier waren aber schon Leute. Ja, sicher. Außer so ein random... Ja, so ein random einfach irgendwo hingespawnt wird. Mhm. Was sagen deine Hungerbalken, Alec? Am 4 habe ich hinweg. Okay. Okay. Dann ist die Giga Fleisch, oder? Ja, ja. Was machst du? Äpfel farmen? Ja. Okay. Ja, gehen wir mal weiter. Hast du gerade einen Apfel gegessen? Nein, ich wollte jetzt gleich gucken. Das schlafen dich, wenn du ein Apfel isst. Ja, komm mit. Wir laufen hier lang, oder? Ja. Oder über den Berg drüber, weil hier ist ja die Border links und rechts. Ja, kennt man drüber genau, ja. Ja. Einer ist drauf, Bimcrafter, null kills. Warte, du kennst schon die Kiel dabei? Ja, ja. Keine Kiel. Ja, Wolfblaze. Ist der Admin. Ah, okay. Da hab ich ihm geschrieben, aber er soll mal drauf kommen, weil wir hinten irgendwann im Arsch da weg gespawnt sind. Und ich auch keine Ahnung hab, weil ich auch keine Ahnung hab, wo die Mitte ist. Ja, ich kann auch mal. Ich seh aber auch keinen. Ich seh keine Tiere, ey. Was ist denn das für eine Welt? Ich weiß. Na, da springen wir da eigentlich auf den Warmer oder auf das Schwer wieder. Am äußersten Ende der Border gespawnt. Lol, wartet. So. Zum spawnen. Ja, gut. Ja, aber nein, weil da weiß ich dann gleich, wo die Mitte ist, weißt du? Mhm. Wir sind jetzt auf 2.054 und 1.096. Wir sind 1.000 Blöcke weg von der Mitte. Nicht schlecht, 1.000 Aborten. Ja, hier ist ein Schwalen. Hol ich ihn auch noch. Quatsch. Hier unten ist auch ne Workbench. Hier runter. Ey? Wir wollen Workbenchen. Ja, aber auch keine Mitte oder sowas. Alex, was machst du? Grasfarben. Was sagst du? Grasfarben. Was sagst du? Auf. Wir brauchen kein Gras. Und da hinten. Nichts. Ja, wieder ein super Start bei Varro. Ja, besser kann man es nicht machen, glaube ich. Prima. Wir spawnen irgendwann am Arsch der Welt, dann in 15 Minuten rum, damit wir überhaupt irgendwo lang kommen. Und hier ist schon wieder die Border. Ja, und Zuckerrohr haben wir noch an und kannst du anfangen. Aber hier sind Schweine. Haben wir hier Schweine gehabt? Da ist noch eins. Juhuuu. Wie viel Essen hast du? Boah, kann. Außer einen Apfel. Nein, Apfel nicht, gell? War was für Gold. Ich erinnere. Kann der uns mal bitte TP in? Das geht von unserer Zeit weg. Hm. Jetzt willst du mehr 5 mehr Minuten. Geh jetzt hier runter und bau Cola ab. Mach das immer. Ich schau mal. Jetzt kommt langsam den nach. Ja komm, dann komm mit runter. Der Server ist auf Hardcore eingestellt, gell? Echt? Befehlst du mir aufpassen. Wenn wieder ein Creeper kommt und wir da blöd rumstehen, kriegt man dies tierisch auf den Sack. Ah, das sind so viele Tiere. Echt? Ja. Ja, dann hau die weg und komm dann da runter, wo ich bin. Weil hier ist... Oh, ein Creeper. Scheiße, ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem, Alex! Nein? Hey, bitte. Ich hab ein Problem. Bitte. Ich hab ein Problem, Alex. Ja, was willst du mir machen? So, guck mal. Ne, passt schon. Jo, wirst du mich schon wieder am Alarm lassen? Nein, ich bin da, ich bin da. Ich bin raus, ich bin raus. Egal, du wirst mich aus den Schrecken eingehen. Alter, das ist noch nicht... Ja, ich bin runter, dann stand hinter mir direkt ein Creeper. So nice. Und dann vor mir und der hat mich direkt von einem Skelett geschossen. Deswegen wäre ja nicht ganz nice, wenn du mit runter kommen würdest. Weil da unten ist er vielleicht Iron. Ja, das sind so viele Schafe und so. Ja, ich seh dich da drüben rumeiern. Ja. Warte, das nehm ich noch mit. Ja, ich komm schon zurück, okay? Ja, ich rack gerade ein bisschen. Jo. Jo, ich bekam acht Schweinefleisch gekriegt und sechs Schaffleisch. Jo, lass dir Zeit, wir haben ja keinen Stress. Ich geh Bäume am Sonntag. Alex, komm mach Eier. Wir haben Zeit rum. Wir hängen hier her. Wir hängen hier her. Hä? Wir haben die gerade entdeckt. Ich rack, ich rack hier gerade. Ich bin schon Level 2. Ich bin auch 2. Da unten steht noch das blöde Skelett. Arm Consumuser Spieltacke geben. Ja, cool. Ja, hier. Cool. Hier geht immer Fleisch dazu. Hier runter, gell? Hier runter. Wo ist die Spieltacke? Hier unten liegt sie. Warte, warte. Wow. Holz Spieltacke. Okay, das ist runter hier. Hier ist jede Menge Iron. Mhm. Jetzt kann man mit einer Holzspieltacke nicht erbauen, gell? Nein. Wir können das aber nach dem Ofen machen. Ja. Da ist der Well. Ich baue mich gerade da. Da ist so ein Spielzeug. Ich sammel gerade ein bisschen Iron. Da ist ein Zombie. Ist das ein Mini-Zombie? Da ist nachher alles ein wildes Zombie. Hau den weg. Gott. Hier ist schon wieder die Boar da. Echt? Das soll ich hier nehmen. Danke. Ja, du. Oh, Endermen. Endermen, gell? Ich hab den Aschikett. Wie weit darf denn eigentlich die Boar da eingehen? Weiß ich nicht. Er schreibt uns hallo. Hallo. Du? So. Geh mal hoch und hol mal den Ofen. Machst du noch einen zweiten Ofen? Alter. Was denn? Wurde geportet. Hey, was? Ich nehme den Ofen schnell mit. Na! Hahahaha. Nice poisonous potato. Braucht ein bisschen auch. Mein Essen und Ofen. Hey. Die Potatoes sind für mich, oder? Ja, komm mit. Komm mit. Wir gehen woanders hin. Ich weiß nicht, was ich bin. Wow. Alter, diese Kiste am Spawner. Wo bist du? Am Spawn. Was? Yo, unser ganzes Fleisch ist weg. Ja, ja, wir kriegen es aber wieder vom Atmen. Wie schön hast du gesagt? Ja, auf sieben stein. Ich glaube es war sogar mehr. Ja, kannst du auch essen. Hier, hier ist Kuchen. Ja, ich bin gerade froh. Ah, da hat man es kommt. Ja, wohin gehen wir jetzt in die Richtung? Wir rennen jetzt gerade in irgendeine Richtung. Ja, wir müssen ja, wir müssen ja irgendwo hin. Die Aufnahme wird LOL. In drei Minuten weg. Acht Minuten schon damit verdödelt, hier einfach irgendwo hinzueiern. Geil, Alter. Und dann hat er mal Zucker angefangen. Ach. Lass mal hier links weiter halten. Beste. Start. Ja, wir hatten gerade so eine schöne Höhle, gell? Mhm. Wo es viel Iron gab. Sehr schön sogar. Ja, hier runter. Ja, das ist ja cool aus. Ja, da ist schon jemand langgegangen. Da ist eine Höhle. Wir wissen ja gar nicht, wo unser Spawnpunkt gewesen ist. Das heißt, wir rennen gerade irgendwo hin, wo es schon dahinter ist. Naja, wahrscheinlich. Hier, Alex, vorsichtig jetzt runter. Ja. So muss ich gehen. Bist du hinter mir? Ja. Hier, 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 hier. Achso, Schwein. Achso, Schwein. Okay. Vorsichtig, hier geht es tief runter. Tief. Ich stehe hier noch. Siehst du mich? Ja, ich bin da. Gut. Lass mal hier die Kohle dann abbauen. Was du jetzt mit dem Kappelstunde? Nein. Nice. Ja, es ist ja klar, dass hier schon jemand war, weil wir ja später starten, weißt du. Ja, es ist ja. Hast du Workbench mitgenommen? Ja. Ja, okay. Wow, geil. Wie viel Holz hast du? Ich habe vier nur noch. Ich habe sechs oder drei. Was hast du da eingesammelt? Ah, Eisen. Eisen. Du hast ja auch noch Eisen eingesammelt, oder? Mhm. Sind deine Gamma-Werte jetzt hochgestellt oder sind die immer noch weiter unten? Nein, die sind immer gleich, aber ich habe einen Shader drin und das funktioniert. Achso, hast du einen Shader rausgenommen? Nein, ich bin drinnen. Ja, deswegen funktioniert es nicht, weil du einen Shader drin hast. Nein, dass es funktioniert. Achso? Weil es dann nicht mehr stark dunkel ist. Die Aufnahmezeit von Drake in einer Minute, okay? Ja, okay. Das ist hier oben drinnen. Das ist hier oben drinnen. Fleisch, okay. Habe ich auch noch. Weil ich habe einen Adminstück gebraucht, habe ich einen Shader benutzt. Wir müssen eh nochmal hoch. Wir brauchen noch... Ich habe schnell eine Irons Spitzhacke gemacht. Wir brauchen noch Holz, deswegen. Ich weiß auch nicht, wieviel du noch dabei hast. Ich habe 36. Nein. Dann reicht das. Jo, was ein guter Iron. Ja, ich habe mir jetzt einen Spitzhacke und Iron Sword gemacht. Okay. Wir brauchen jetzt mal... 30 Sekunden. Wir bleiben hier, oder? Hier ist doch noch nichts. Ja, wir bleiben da. Okay, Iron Sword hat er jetzt auch schon. Mhm. Hast du schon eine Eisenspitzhacke oder sowas? Nein. Unten ist eine Spinne, aber ich rack ja nicht. Warte. War die nächste Mal was her, damit du das nächste Mal warst. Ob es despawned oder nicht? Nein, es despawned nicht. Ja, geil, ich schaue. Ich habe die erste Folge diesmal überlebt und nicht gestorben. Aber das heißt ja noch gar nichts. Ey, leider noch. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls du nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.